Rolling Point ist ein Ort, wo sich Menschen begegnen können, wo sich Körper treffen und lernen miteinander zu interagieren. Wir bewegen uns zumeist im physischen Kontakt miteinander und spielen mit physikalischen Kräften wie dem Schwung, wie der Fliehkraft, wie der Schwerkraft. Wir folgen einem gemeinsamen Kontaktpunkt, dem Rolling Point. Kontaktimprovisation ist ein Forschen, ein Spielen. Der Tanz entsteht in jedem Moment neu. Ich würde sagen, Kontaktimprovisation ist ein Zusammenspiel von Kunst, Tanz, Sport, Spiel, Persönlichkeitsentwicklung und auch Lebenspraxis. Ich kann dabei sehr wach und reaktionsfähig sein, aber gleichzeitig auch sehr in mir ruhend. Ich bin inspirierter, ich denke besser, ich bin kreativer. Ich fühle mich mehr verbunden mit mir und der Welt. Wir verstehen zeitgenössischen Tanz als eine Praxis des somatischen Lernens und als Form, sich kreativ auszudrücken. Wir freuen uns über alle, die an unserer Arbeit interessiert sind und es gibt im Prinzip keine bestimmten Voraussetzungen. Wenn du dich gerne bewegst, dann wirst du in unseren Kursen sicher gut zuhause sein. Beim gemeinsamen Tanzen spüren wir unsere eigenen Bewegungsimpulse, aber vor allem auch die Bewegungsimpulse unserer Tanzpartnerinnen. Es ist eine Art wie ein Gespräch über den Körper, eine Form von nonverbaler Kommunikation. Dass Kooperation und eine mitfühlende Umgebung persönliches Wachstum, aber auch gesellschaftliches Wachstum fördert.